Ich brauche ASSEC Cockpit, um neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Philipp Hofstetter und ich habe zwei Hauptbereiche. Das eine ist Webdienstleistungen, ich erstelle Websites. Und das zweite Gebiet ist Coaching im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung. Also für mich ist ASSEC Cockpit das Tool für die Akquisition und eigentlich um die Keywords zu finden, die für die Webseite relevant sind. Ich beginne zuerst mit ASSEC Cockpit und analysiere die bestehende Webseite des Kunden, den ich besuchen darf. Das ist ja der Erstkontakt. Und ich zeige Ihnen die Liste, so wie Google eigentlich seine Webseite sieht. Und so bin ich eigentlich mit dem Kunden schon im Gespräch. Meistens bekomme ich den Auftrag, schon beim ersten Gespräch. Dann benutze ich ASSEC Cockpit, um die Keywords zu finden, die für seine Nische relevant sind. Also für seine Arbeit, für sein Business, die ganzen Recherchen zu machen. Das ist mit ASSEC Cockpit wirklich eine wunderbare Arbeit. Sehr einfach, sehr schnell. Und dann wird die Webseite erstellt und ich kann dann mit ASSEC Cockpit überprüfen, wie die Rankings sich verändern und vor allem über die Zeit, wie stabil, dass diese dann bleiben. Ich habe verschiedene ASSEC Tools schon ausprobiert. Und ich muss sagen, dass ASSEC Cockpit für mich das geeignetste Instrument ist. Und vor allem auch, ich kann mit diesen Listen zu meinen Kunden gehen und die verstehen das. Ich kann ASSEC Cockpit jedem empfehlen, der auf eine einfache und präzise Weise Keywords finden will.